Liebe Zuschauer, jetzt haben Sie einen kleinen Einblick bekommen, was sich hier in Großenhain auf dem Flugplatz abgespielt hat, beziehungsweise im Moment noch abspielt. Das Ganze können Sie sich am 1. Mai diesen Jahres zum Familienfest auf dem Flugplatz anschauen oder Sie kommen am 5. Mai, sprich am 5.5. hier einmal vorbei, dann sind hier Tür und Tor geöffnet und dann können Sie sich das, was wir uns gerade im Fernsehen angeguckt haben, auch mal live und in Farbe angucken. Das Ganze geht bis abends 17 Uhr, also schauen Sie einfach vorbei. Ansonsten via Voranmeldung, die Internetadresse haben wir unten eingeblendet, so können Sie sich ganz vertrauensvoll an die Herrschaften hier auf dem Großenhainer Flugplatz wenden. Ich verabschiede mich von Ihnen, machen Sie es gut, bis bald. Tschüss.